Ein Podcast ist eine tolle Sache und so viele träumen davon, ihren eigenen Podcast zu realisieren mit ihrem Expertenwissen und ihrer Energie. Doch die meisten scheitern an der Technik, der Frage, wie der Inhalt strukturiert werden soll, sie finden ihre Stimme nicht gut genug und sie wissen auch nicht, wird dieser Podcast genug Hörer finden. Kennst du das auch? Doch, in meinem Podcast Starter Training helfe ich dir dabei, deinen Podcast innerhalb von vier Wochen zu realisieren. Ich nehme dich an die Hand, wir richten gemeinsam deine Technik ein und wir strukturieren deinen Inhalt beziehungsweise ich helfe dir dabei, den Podcast so einzusprechen, dass du dich richtig gut anhörst und wir deinen Sound bestmöglich optimieren. Und anhand von ein paar kleinen Tricks kann ich dir zeigen, wie du deinen Podcast so positionieren kannst, dass er möglichst viele Zuhörer findet. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Wenn du jetzt dich entscheidest, dann kannst du nämlich auch noch dich sofort für die Vorbereitungsmodule qualifizieren und diese anschauen und wir können gemeinsam bereits jetzt ein 1 zu 1 Strategiegespräch führen, wo wir deinen zukünftigen Podcast schon mal an den Start bringen. Also, jetzt buchen, ich freue mich auf dich!